Ja, hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien. Herzlich willkommen auch auf YouTube. Wir reden heute über die aktuelle Folge von House of the Dragon, die heißt Der Herr der Gezeiten. Und wir sind Lisa Oppermann und Fabian Douglas. Herzlich willkommen. Hi, Lisa. Das hat ja hervorragend geklappt. Genauso habe ich mir das gedacht. Sehr schön. Ja, Lisa, du warst jetzt schon lange nicht mehr bei uns. Du warst leider krank. Ich hoffe, es geht dir wieder gut. Wie geht es dir? Ja, mir geht es auf jeden Fall wieder besser. Und ja, das war echt ein bisschen uncool die letzten zwei Wochen. Ich habe es auch voll vermisst zu podcasten und habe auch alle Podcast-Folgen gehört. Und mich dann auch mal so ein bisschen geärgert, dass ich jetzt gerade nichts sagen kann dazu. Aber ihr habt es natürlich auch sehr schön ohne mich gemacht. Und ja, an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an alle, die mir auch gute Besserung gewünscht haben und so. Das war sehr süß. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, jetzt bin ich wieder da und bereit zum Podcasten. Ja, das freut uns alle sehr. Und das letzte Mal, als wir zusammen einen House of the Dragon Podcast gemacht haben, da, vielleicht erinnerst du dich noch. Damals. Hat Prinzessin, ja damals, es ist wirklich lang her, also in der Geschichte. Denn da hat die Prinzessin Rhaenyra gerade den Prinz Laenor geheiratet. Oh mein Gott, das ist ja noch mit der alten Rhaenyra und der alten Alicent. Richtig. Und das ist jetzt meine Frage an dich. Wie hast du dich denn jetzt hier in dem neuen Setting zurechtgefunden? Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich weiß nämlich, dass ihr im Podcast meiner Meinung nach gesagt habt, dass ihr euch so voll schnell dran gewöhnt habt und so. Ich hatte tatsächlich in der ersten Folge so ein bisschen, nicht Probleme, aber es war ein bisschen schwieriger für mich, mich an die neue Rhaenyra zu gewöhnen. Ich glaube, das lag daran halt natürlich, dass Millie Alcock damals so gut gespielt hat. Und irgendwie musste man, also ich habe es natürlich, rein logisch wusste ich ja, wer dann wer ist und so, aber rein emotional musste ich mich bei ihr noch dran gewöhnen. Bei Alicent ging das erstaunlicherweise irgendwie ein bisschen besser. Das war ganz witzig. Aber inzwischen, ja, bin ich halt voll wieder drin und so. Und jetzt, ich meine, jetzt war ja auch gerade nochmal ein Zeitsprung und so. Also jetzt ist das irgendwie alles, jetzt sind auch ein paar Folgen vergangen. Jetzt habe ich auch Emma Darcy's Rhaenyra als Rhaenyra vollkommen in meinem Bewusstsein aufgenommen. Da gibt es bestimmt noch die ein oder andere Möglichkeit, wie wir dann heute darüber in der Folge darüber sprechen können. Denn Rhaenyra und Alicent haben ja wieder, ja, ordentlich Screentime miteinander. Und die Beziehung berutelt so vor sich hin. Da können wir bestimmt viel drüber reden. Mir ist jetzt in der aktuellen Folge von House of the Dragon was Schönes aufgefallen. Und zwar, wenn, als Rhaenyra ankommt nach sechs Jahren Abwesenheit, kommt sie ja an in der Red Keep und wird dort, ja, Empfang kann man das eigentlich gar nicht nennen. Und dann laufen sie so durch die alten Gemäuer. Und das ist ein richtig schöner Kontrast gewesen zur ersten Folge, wenn du dich noch erinnerst. Da war ja die Red Keep, der rote Burgfried voller Leben und ja, Lichtstrahlen und Leute sind durch die Gegend gelaufen. Alles war fröhlich. Und jetzt war es anders. Das ist dir auch aufgefallen, natürlich. Ja, mir ist das total aufgefallen. Ich habe dann danach auch natürlich wieder das Inside the Episode geguckt. Und da meinte irgendwer, dass das ja ein bisschen so eine Atmosphäre von so einem Kloster hätte. Und das trifft es tatsächlich total gut, weil Alicent hat ein bisschen umdekoriert, beziehungsweise nicht nur in der Burg, sondern auch so rein bewusstseinsmäßig. Also es ist sehr viel, also da ist ja dieses riesige Zeichen von den Sieben, also von der Religion der Sieben. Und sie trägt auch eine Kette mit diesen Zeichen. Und vor allem, was du, glaube ich, meintest, ist, da ist einfach nichts mehr los in dieser Burg. So niemand rennt da fröhlich rum und zu Rhaenyras Kindheit oder Jugend, da war ja Party eigentlich im Hof. Da war so ein Blumen und so auch. Also da war, glaube ich, auch, es war auch bunter, beziehungsweise natürlich auch jetzt rein cinematisch gesehen, wurde es dann auch anders ausgeleuchtet oder anders gegradet. Genau. Das ist natürlich gewollt von der Inszenierung her und auch von der Regisseurin Gita Vasan Patel, die hat das bestimmt so absichtlich gemacht. Aber es ist natürlich schon klar, was hier auch transportiert werden soll. Auf der einen Seite eben König Viserys, der ja bekannt dafür war, dass er ein König der Friedenszeiten war und ein König war, der eben gute Laune verbreitet hat und der Streit nicht haben wollte. Und genau wie er oder seine körperliche Gesundheit eben vergeht, desto mehr vergeht auch dieses fröhliche Leben am Hof. Und ja, warum ist jetzt Rhaenyra überhaupt noch nach sechs Jahren Abwesenheit nach King's Landing gekommen? Ihr, tja, wer ist es? Ihr Schwiegervater? Ich weiß es gar nicht, wie da die Verwandtschaftsverhältnisse eigentlich sind. Der Bruder von Corliss. Nee, andersrum. Also Corliss ist zwar noch nicht tot, aber schwer krank. Und aus irgendeinem Grund meinen die Leute, man müsste jetzt doch nochmal die Erbfolge von Driftmarkt klären, obwohl das ja eigentlich schon längst sinnbildlich in trockenen Tüchern ist. Ja, das ist aber, sorry, das ist auch so geil immer in dieser Welt, dass immer so, sobald einer so ein bisschen kränkelt, stürzen sich immer alle Leute so wie die Geier auf halt diese Thronfolgen-Geschichte. Also klar, da muss man natürlich schnell sein, aber es ist trotzdem so ein bisschen, bisschen pietätslos. Eventuell ein weiteres Argument gegen die Monarchie. Eventuell. Ja, und was passiert jetzt? Also, Lord Corliss hat einen Bruder, genauso wie Viserys auch einen Bruder hat, und der drängelt sich jetzt nach vorne. Wie heißt der noch? Veymant oder so, ne? Veymant heißt der, genau. Und der war auch in der Vergangenheit schon, hat er sich ordentlich in den Vordergrund gestellt und war so, erinnerst du dich noch, wo der Krieg um die Trittsteine so schief lief? Ja, wo die oben da sind, ne? Bitte? Und wo die da ihren Kriegsrat halten und so, da stresst er auch rum. Ja, genau. Aber ist ja alles nur für das Haus, er will sich ja gar nicht in den Vordergrund stellen. Nein, überhaupt nicht. Er ist nur das valyrische Blut. Nein, nein, genau. Okay, und warum ist das jetzt ein Problem? Also, das Driftmark ist ja der Sitz von Haus Valerian und der geht eigentlich immer an den ältesten Spross der Familie Valerian. Blöd nur, Lena ist tot, beziehungsweise gilt als tot. Dementsprechend ist es eigentlich logisch, dass es dann an seinen Sohn geht, nämlich an Jaehaerys, nee, Jaehaerys? Nee, ist das nicht Luke? Nee, Luke ist, glaub ich, der Jüngere. Also, Luke und Jace, das sind die beiden. Ah, jetzt genau. Es ginge eigentlich an Jace, aber Jace wird ja König. Genau. Und deswegen sitzt der dann auf dem eisernen Thron in King's Landing. Das heißt, der Driftthrone wäre dann vakant und das geht nicht. Deswegen geht das dann an Luke, an seinen jüngeren Bruder. Und nun, warum hat Vamon was dagegen? Ist doch eigentlich, klingt doch eigentlich super. Tja, komisch, ne? Also, es gibt ja nur dieses mysteriöse Problem seit eh und je, dass er gegossipt wird, dass Rhaenyras Kinder ja gar kein valyrisches Blut, beziehungsweise kein Velaryon-Blut haben. Was ja auch stimmt, aber natürlich offiziell nicht. Und deswegen ist das natürlich Hochverrat, sowas zu sagen. Das dürfte man gar nicht, vor allem nicht in einem Thronsaal. Ja, der Lord Corliss hat in der vorherigen Folge, war das glaube ich, hat den schönen Satz gesagt, den wir auch aus dem Trailer kennen. History doesn't remember blood, it remembers names. Und damals wussten wir noch nicht so wirklich, was ist damit eigentlich gemeint und jetzt wissen wir es. Lord Corliss war das nämlich, also der ist ja auch nicht doof, der hat ja auch Augen im Kopf und der wird die Gerüchte auch gehört haben. Aber der hat sich gesagt, das ist mir egal, denn die haben unseren Namen als Nachnamen und nur das zählt. Mayman sieht das anders, das haben wir ja auch bei der Sehbestattung von Leina gehört, dass er da in seiner Grabrede so diese Betonung auf die Blutlinie und auf die Reinheit des Blutes gelegt hat. Naja, also er ist auf jeden Fall sehr, also traditionell in dem Sinne, wie man es eigentlich in Westeros macht. Wie heißen die nochmal aus Harry Potter? So ein Death Eater ist er so ein bisschen, ne? Achso, Todesser, ja. Ja, stimmt. So ein Todesser, so ein bisschen so vom Spirit her. Und deswegen ist ihm das eben ganz besonders wichtig, dass er auf dem Drift Throne sitzt. Und deswegen sind sie alle nach King's Landing gekommen. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, dieses Umdekorieren von King's Landing, das ist ja wahrscheinlich von Alicent, das hat ja auch noch einen Hintergedanken. Das ist ja nicht nur so, dass sie halt sagt, okay, ich mache es mir jetzt hier schön, sondern sie bringt damit. Also meinst du jetzt wegen der Seven, oder? Ja, genau. Weißt du das? Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Ich habe nur, was ich nur gedacht habe, ist halt, dass sie natürlich dadurch auch, also erstmal symbolisieren die Religion der Seven ja auch so eine gewisse Kon... Jetzt fehlt mir das Wort. Also genau, also die Religion der Seven ist natürlich sehr konservativ auch und spiegelt nochmal dieses Konservative wider, was Alicent ja auch in den Folgen zuvor immer schon gesagt hat. Wenn es auch ein bisschen unpassend war teilweise, dieses halt, wo ist die Ehre, wo ist das Pflichtgefühl und so. Und außerdem... Vor allem sind die Sieben, ja, haben eine relativ eindeutige Haltung, wenn es um Inzest geht und wenn es darum geht, seine Verwandten zu heiraten. Ja, die finden das nicht so gut, oder? Nee, es kommt nicht so gut an. Daher kam doch dieser ganze Aufstand auch mit Stimmen. Das war während der Harris- und Magors Zeit und so ja auch voll der Stress mit denen, ne? Genau. Und Magor hat es da ja voll übertrieben, hat glaube ich drei Frauen gleichzeitig geheiratet und das war also doppelt, doppelt schlimm, weil, also Inzest ist schlimm, aber auch mehr als eine Frau haben ist auch schlimm. Deswegen haben sich da die sieben, gab es da so diesen Religionskrieg. Aber das ist doch voll unlogisch, weil Alicent verheiratet doch auch ihre Kinder jetzt. Ja, well, ähm... Nichts ergibt mehr Sinn. Nichts ergibt mehr Sinn. Alicent, was tust du? Ich weiß gar nicht, ist das schon passiert oder wird das noch passieren? Also in den Büchern ist es schon passiert. Also es wird, oh, da sagst du was. Also auf jeden Fall, ja, nee, also wir haben ja auf jeden Fall noch keine Hochzeit gesehen. Es wird halt immer so davon gesprochen, dass die beiden halt so betrothed sind irgendwie, also dass die halt verheiratet, also zusammen dann sind, aber... Genau, wen meinen wir? Wir meinen Prinz Eamon, nee, Aegon, der Ältere und seine Schwester, Prinzessin Helena. Helena. Die sollen miteinander verheiratet werden, oh je. Also insofern stimmt, du hast vollkommen recht, das hab ich ja vergessen. Insofern ist es sehr heuchlerisch von Alicent. Aber, naja. Es kann natürlich auch sein, also zum Beispiel, also, okay, eigentlich glaub ich's nicht, aber zum Beispiel im Buch ist es so, bei Aegon dem Eroberer, dass da die Seven auch in so ein Auge zugedrückt haben, weil er, aber das lag halt daran, dass er ja sozusagen aus dieser Mission raus gehandelt hat, die sieben Königreiche zu vereinen und so. Und da gab's, glaub ich, auch schon Stimmen, die halt so waren so, hm, äh, äh, meine Schwestern, hm, ähm, aber später kam dann, kam die Kirche dann ja zurück und ich weiß nicht, ob was Alicent dann, also ich mein, sie steht ja eindeutig super gut mit der Religion der Sieben, aber wieso die das dann akzeptieren, vielleicht erfahren wir das ja noch. Ich glaube, ich weiß jetzt was, ähm, warum, und zwar, also dieses Bruder-Schwester-Heiraten-Inzest ist zwar tatsächlich in der Religion der Sieben verpönt oder eine Todsünde oder was auch immer, aber, ähm, die Targaryens sind quasi davon ausgenommen, denn es wird gesagt, die, äh, das haben die, der, der Nachfolger von König Maegor hat das, ähm, hat das deutlich gemacht, war das, war doch Jaehaerys, oder? Ähm, ja. Ja, genau, und zwar, ähm, ging es darum, dass, dass die gesagt haben, ja, so, der Glaube der Sieben, da darf man das nicht, aber wir kommen ja gar nicht aus Westeros, wir kommen ja aus dem alten, äh, Valyria und da gibt es andere Bräuche und dementsprechend ist das nicht Todsünde, wenn wir das machen. Aber so, ja. Aber vor Maegor, so, wie hieß denn der noch, Aenus und die anderen Leute da, die haben, die waren ja auch alle Targaryens natürlich, logischerweise, und da wurde sich ja auch beschwert von, oder meinst du, das ist erst ab, nach Maegor, so etabliert, ähm, nach Maegor wurde das, so, zumindestens steht es in dem Buch Feuer und Blut drin, dass danach so eine, ähm, ja, eine Kampagne gefahren wurde, und. So eine Marketingkampagne. Ja, genau, da haben sie das ein bisschen, ähm, positiv umgemünzt, aber jetzt ist mir noch was eingefallen, was, ähm, und zwar, nun, ist es ja, äh, also, Inzest ist ganz schlimm, aber Ehebruch ist auch ganz schlimm. Und ich glaube, das will Alicent der Rhaenyra hier so reindrücken, weil das ja so ein offenes Geheimnis ist, dass sie eben, während sie mit Laina verheiratet war, Kinder mit einem anderen Mann gezeugt hat, was ja Ehebruch ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal einer der Gründe, warum eben der Glaube der Sieben so allgegenwärtig jetzt ist in der Rückenburg-Fried. Ich glaube aber auch, dass es natürlich auch so ist mit Alicent, also sie hat sich dann ja sozusagen als, ähm, Erwachsene auch mit mächtigeren Männern, sag ich mal, weiterhin umgeben, aber die Religion der Sieben ist natürlich so eine Institution, und sich der so nahe zu stellen, ist natürlich auch generell vorteilhaft, wenn es um Macht, ähm, in, ja, Westeros oder halt dann in King's Landing geht. Stimmt, ja. Also das haben wir ja schon in der vorherigen Folge festgestellt, dass Alicent sich hier sehr schlau anstellt, dass sie sich mit sehr viel mächtigen Männern umgibt und, oder zumindest von diesen Männern auch ziemlich gepusht wird. Und wenn sie sich dann auch mit dem Glauben gut stellt, ist das kein, kein dummer Move. Ich bin mal gespannt. Apropos dummer Move, ähm, dann kommen wir doch endlich zu der Szene im Thronsaal. Und zwar, es wurde auch, ja, wurde auch sehr schön vorbereitet, also wir haben da die Szene mit, ähm, Rhaenys und Rhaenyra im, im alten Godswood von King's Landing, wo ja nochmal deutlich wird, dass, äh, Rhaenys Rhaenyra nicht helfen wird. Ähm, sie ist wahrscheinlich unter anderem auch deswegen sauer, dass, äh, es ja dieses Gerücht gibt, dass, äh, Rhaenyra Geld bezahlt hat, um ihren Mann loszuwerden, um Lena loszuwerden. Ja, das wird ja auch nochmal angesprochen von Rhaenyra, ne? Genau. Wenn sie wüsste, ne, aber das kann Rhaenyra nicht sagen. Oh, es hat mir, sorry, ich war ja nicht da, ne, aber es hat mir so das Herz gebrochen. Ich meine, good for Laino und seinen Dude, dass sie da halt, ähm, jetzt in Frieden irgendwo hoffentlich leben. Aber so diese Szene, wo Rhaenys so einfach aus vollsten Herzen diesen Trauerschrei da vom Feuer gemacht hat, das, ich fand nur so, nein, dein Sohn lebt noch, aber, hm. Habe ich mich auch gefragt, ich meine, das sind ja alles erwachsene und schlaue Menschen, ob man das denen nicht sagen könnte, so, hey, so, by the way, euer Sohn lebt noch. Weiß ich nicht mehr. Äh, ich glaube halt, der Deal mit Lena war halt so ein bisschen, dass der dann halt mit diesen ganzen Thronsachen und so in Ruhe gelassen wird und wenn die halt denen dann sagen, jo, dein, euer Sohn lebt noch, dann kommen die ja wahrscheinlich dann an und sind so, wir müssen ihn finden, weil er ist unser Erbe und jetzt muss er wieder Thronsachen machen. Ja, verstehe, verstehe. Das könnte natürlich sein, aber das, ähm, ja, das wollte ich nur noch mal kurz sagen, weil ich ja nicht bei der Podcast-Folge dabei war, aber jetzt wollten wir uns ja eigentlich um in diesen Thronsaal drittmen. Denn ich fand das so gut, also vorbereitet, diese Szene und es war ja tatsächlich so eine Spannung, die auch dann, also wir sehen ja tatsächlich in der Folge ein Gewitter, das sich entlädt und genau so war das ja auch mit der Spannung, die tatsächlich ja schon fast greifbar war und die dann kulminiert in dieser Farce, wie, äh, Renira das ja auch so schön sagt, dass eben der, die Erbfolge, die ja schon längst geklärt ist, dass die hier noch mal, ähm, ja, noch mal angesprochen wird. Ja, die muss gefühlt auch jede zweite Folge wieder geklärt werden, weil, ja, keine Ahnung, Viserys keine Ansage macht, weil Leute dumm sind. Genau, und das ist halt eben auch so cool, dass sich, äh, wie sehr sich sowas dann auch innerhalb von nur wenigen Sekunden komplett wechseln kann, denn es ist ja so, also, äh, Renis sagt, Renira, ich unterstütze dich nicht, sie weiß, dass, äh, die ganze Sache wird gesettelt von Alicent und von, äh, Sir Otto Hightower. Und die sind alle gegen sie. Und das, ähm, also, sie hat da richtig schlechte Karten in der, in der Situation. Und, und dann passiert eben was, was, ähm, womit ja irgendwie keiner gerechnet hat. Ich glaube, niemand, der da im Thronsaal ist, hat damit gerechnet. König Viserys hat, hat nochmal einen großen Auftritt. Das war so cool, die Szene, und ich musste so lachen, als ich die Gesichter von Otto und Alicent gesehen hab, die waren einfach nur so, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob du diese TikTok kennst, mit diesem Shit, Shit, Shit-Sound. Ähm, das ist jetzt natürlich immer schwer, sowas, äh, visuelles, dann einen Ton zu beschreiben, ähm, und da werden auf jeden Fall auch immer so schockierte Gesichter zu eingeblendet. Und ich möchte, ich muss das mal so schneiden mit diesen Gesichtern und diesem Sound, weil ich hab wirklich laut so gelacht vor meinem Fernseher. Ja, und es ist ja auch deswegen, also hier nochmal, also wie gut das alles vorbereitet wird, es ist ja, er kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern wir haben ihn davor ja auch gesehen, ähm, er hat mich so ein bisschen an Gus Fring aus, äh, Breaking Bad erinnert, weißt, ähm, ja, Spoiler, I guess, weißt du seine, wo man ihn das letzte Mal sieht, fehlt ihm ja auch die, die Hälfte von seinem Gesicht und mehr oder weniger, so sieht er ja auch aus. Ja, ich hab gedacht, er sieht aus wie diese White-Walker-Memes, die es immer schon gab, die letzten Folgen, dass Viserys immer mehr zu so einem White-Walker wird. Stimmt, oder zu Gollum. Ja, zu Gollum, genau. Jetzt sieht er noch schlimmer aus als Gollum. Oh, so krass, ja. Aber er schafft es tatsächlich noch, ähm, also eigentlich ist das ja mitleiderregend, aber durch die Musik wird das Ganze ja so geframed, dass das so eine, so was Kraftvolles hat, so was Machtvolles, ne? Ja, war es irgendwie auch, es ist eine Mischung aus eigentlich Mitleid, aber irgendwie auch, ja, er hebt, er sich, also er macht einfach nochmal, er nimmt seine ganze Kraft zusammen, um nochmal diesen Königs-Move zu machen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon ansprechen wolltest oder ob das jetzt, äh, dein Ansprechplan crasht, aber was ich richtig krass fand, war auch die Szene mit Damon, ähm, als Damon Viserys den Thronen hochgeholfen hat. Ja. Und dann Viserys Krone runterfällt und Damon ihm die dann noch so aufsetzt und so. Ja, das ist ein echt schönes, echt, echt schöne Sache. Ähm, ja. Und dann sagt, wird Vam, äh, wie heißt er, ich, Moment, ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben, ich find den Namen so weird, Vamund. Heißt er nicht Vamund? Ich hab, ich nenne ihn jetzt so offiziell. Ich musste mir das echt mehrfach aufschreiben, weil ich mir das nicht merken kann, weil das ist einfach ein Name, der... Es ist eine Mischung aus Viserys und Damon. Ja, genau. Und der, der zeigt halt mal wieder, warum er bisher in der Welt der Politik es nicht weit gebracht hat. Ja. Sein Claim ist eben, hat sich innerhalb von wenigen Momenten eben aufs Gegenteil gekehrt. Hatte super Aussichten, jetzt ist König Viserys wieder da und jetzt hat sich das alles erledigt. Und anstatt jetzt zu sagen, okay, ich zieh jetzt zurück, nein, er muss nochmal alles... Oh, es war, sorry, es war so blöd einfach. Also ich saß wirklich, da saß ich auch vorm Fernseher und war so, als er das gesagt hat, was du jetzt vielleicht sagen willst, was er gesagt hat. Ja, ja, das war nämlich also den eigentlichen Grund, warum er diesen Anspruch erhebt, ist, dass er sagt, er spricht es nochmal aus. Das sind ja Bastard-Kinder, also die haben gar keinen Anspruch. Er hat es einfach gesagt. Er hat es gesagt. Dann, zack, Kopf ab. Hochverrat. Ja, das war auch, ähm... Das war auch schon wieder so ein Classic-Damon-Ding, ey. Das hab ich wirklich nicht erwartet, so schnell. Also das kam ja auch so von... Man hat Damon ja auch gar nicht gesehen. Nee, von... Es ist halt... Er hat ihn von hinten erschlagen, ne? Ja, auf einmal wurde sein Kopf so wie bei Fruit Ninja einfach so... So halbiert irgendwie. Oh, und die Zunge, die dann da so raushin und Damon dazu so... Ja, die Zunge kann er behalten. Oh, Damon einfach. Das war also tatsächlich ein Badass-Moment, würde ich jetzt mal so sagen, auch wenn das natürlich eigentlich sehr uncool war. Ja, wie alles, was Damon irgendwie macht eigentlich. Also irgendwie... Aber er ist trotzdem Damon, ja. Ja, und dann gibt es... Ich nenne es mal das letzte Abendmahl. Auf Wunsch von Viserys setzt sich die Familie nochmal zusammen, um, ja, eine große, glückliche Familie zu spielen. Und auch hier wieder, also, so, so gut einfach, weil ich meine, es ist eigentlich eine super simple Szene. Also wie oft in jeder Serie gibt es ja irgendwie eine Szene, wo sich eine Familie zusammensetzt, um irgendwie Abend zu essen. Und im Prinzip ist es genau das. Eine Familie sitzt zusammen und isst zusammen Abend, äh, isst zusammen Essen. Aber hier sind halt wieder so viele, viele Sachen, die gleichzeitig passieren und so viele Spannungen, die in der Luft liegen und so viel Charakterdrama, was passiert, dass das tatsächlich auch Spaß mag, das dem Ganzen zuzugucken, finde ich. Ja, ich muss auch ganz, äh, zu Anfang nochmal sagen, dass, ähm, ich glaube, das, ähm, haben wir ja schon ja so gesagt, das ist so das letzte Mal von Viserys, so mehr oder weniger das letzte Abendmahl. Dann ist mir erst mal aufgefallen, dass ganz am Anfang der Szene gibt's einen Shot, der exakt so aussieht wie eine Illustration von, ähm, Feuer und Blut. Wo Alicent und Rhaenyra, ähm, an dieser Tafel sitzen, man sieht nur die beiden und dazwischen ist so eine Lücke, wo dann quasi später Viserys hinkommt. Das ist wirklich fast genauso, außer dass die, glaube ich, im Buch noch so ein bisschen sich voneinander wegdrehen oder so. Und dann bin ich kurz ein bisschen ausgerastet, aber ich glaube, es ist einfach wieder nur eine, ähm, eine Aktion von mir, um Otto Hightower zu haten, weil ich hab gedacht, okay, das letzte Abendmahl, hm, wer sitzt beim Abendmahl eigentlich, wo sitzt eigentlich Judas? Judas. Dann hab ich das gegoogelt und, ähm, festgestellt, dass er sozusagen, wenn man das jetzt auf Alicent und Rhaenyra überträgt, dass er sozusagen eigentlich nicht direkt, also er sitzt quasi neben Alicent in dem Fall, ähm, aber dazwischen hängt noch so ein Dude. Und ich muss sagen, leider in den meisten Einstellungen ist dazwischen niemand, außer einmal, da steht, glaube ich, so der Guard ein bisschen zwischen denen. Also sozusagen Alicent, ein Guard und dann, ähm, Otto Hightower, also aka Judas. Und ich hab's natürlich als Chance genutzt, um eventuell, ähm, Otto Hightower mit Judas zu verknüpfen, aber vielleicht ist es auch ein bisschen weit hergeholt. Ich hab mir drüber nachgedacht und es gegoogelt. Ich glaube, das wär zu on the nose gewesen, also dass die, die, ähm, in der Serie dieses bekannte Gemälde nachgestellt hätten. Das wurde auch, glaube ich, schon so oft gemacht. Ja, aber mein Kopf ist auf jeden Fall zu drei Schlüssen weiter nach, da reingesprungen. Aber die Szene war wirklich voll von Dingen. Voll von Dingen, ja. Ja. Ähm, was ich halt auch so cool fand, ist, ähm, dass, also Paddy Concedine, was der abliefert in der, in der Folge, ist der Hammer. Denn Viserys, also nicht nur, dass er sich hier alle Kraft, die, die er noch hat, aufbringt, um sich nochmal auf den Thron zu setzen, um das dann mit Briftmark zu regeln. Nee, auch hier nochmal nimmt er seine ganze Kraft zusammen und versucht, die Familie zusammenzubringen. Und es funktioniert. Also, ähm. Ganz kurz. Ganz kurz, ja. Also Alicent und Rhaenyra erheben nochmal, ähm, das Glas und prosten sich zu und schaffen es tatsächlich auch, sich nochmal unvergiftete Komplimente zu geben. Was, was echt ein schöner Moment war. Aber ich finde auch, irgendwie hab ich in der ganzen Folge wieder gedacht, dass, ähm, um jetzt nochmal kurz auf Alicent und Rhaenyra einzugehen. Ähm, bei der Szene war es natürlich sehr eindeutig. Aber ich hab, ähm, über die letzten Folgen, ähm, wo ich jetzt nicht da war, ähm, hab ich auch so sehr viel gelesen halt. Also natürlich alles verfolgt und so. Und auch bei House of the Dragon bei Instagram und so immer in den Kommentaren gelesen, wie die Leute die Folge so fanden und so. Und, ähm, ich hab halt super viel eindimensionalen Hate für Alicent gesehen. Und, ähm, ich hab mich gefragt, oder ich hab so gedacht, das ist eigentlich total interessant, ähm, weil wir ja besonders in den ersten Folgen gesehen haben, wie Alicent überhaupt so der Person geworden ist, die sie jetzt ist und warum, woher das kommt, dass sie halt bestimmte Entscheidungen trifft und sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Das, ähm, wurde auch nochmal in der Inside the Episode diesmal gesagt, ähm, dass es halt, ja, dass sie halt ihr Leben lang eigentlich durchs Patriarchat gelenkt wurde. Und, ähm, halt aufgrund dessen halt auch bei sowohl Alicent und auch Rhaenyra, ähm, ja, diese Fede entstanden ist. Und die hatten ja einfach diese Freundschaft. Und sozusagen, deswegen finde ich es eigentlich sehr interessant, dass manche Leute das so, weiß ich nicht, so schnell vergessen haben, dass, ähm, Alicent, also ich mein, also Rhaenyra und Alicent sind ja beide nicht, eine ist gut und eine ist böse so. Die sind ja sehr, ähm, also die Charaktere haben ja sehr viele Layer sozusagen, wobei man vielleicht sagen kann, dass Alicent ist so ein bisschen, also ich, als habe ich diese Folge mich auch gedacht, Alicent ist so ein bisschen von, ähm, sich sehr lenken lassend, ein bisschen schwächer zu, sie muss Stärke zeigen, also seit diesem Green-Dress-Moment, äh, geworden. Und Alicent musste von Anfang an, ähm, war sie so diese quasi Schachfigur in diesem Spiel von dem ganzen Königreich und musste von Anfang an in ihrer Kindheit schon irgendwie diese Rolle so nach außen strahlen und so eine gewisse Stärke vermitteln. Und jetzt sehen wir sie ja zum Beispiel am Bett bei Viserys, wo sie eigentlich sagt so, ich dachte, ich will das, ich will Königin werden, aber, ähm, ich bin eigentlich, also das ist viel zu anstrengend. Ähm, und, ähm, das ist halt diese, ich finde diese Komplexität der Beziehung der beiden und auch, ähm, die Komplexität ihrer Charakterzüge wird in der Folge nochmal, ähm, wurde für mich super deutlich, also ich hatte da mehrere Szenen, es gab, glaube ich, auch eine Szene, wo sie dann am Ende dieses Abendmahls so ihre Hände gehalten haben. Und, ähm, davor haben sie auch in, ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel, ich glaube, wo, ähm, Alicent Rhaenyra so zum ersten Mal begrüßt, ähm, da reden die ja auch, also da hat man auch mal diese Anklänge von dieser Freundschaft von früher irgendwie. Was ich ja ganz interessant finde, weil die beiden Schauspielerinnen ja diese Szenen nie hatten, ne, also dass, dass sie das trotzdem schaffen, uns irgendwie so zu zeigen, dass, dass diese beiden Figuren eine Geschichte miteinander haben und eine Vergangenheit, eine gemeinsame Vergangenheit, obwohl die beiden Schauspielerinnen ja, ähm, in Folge, was, war es Folge 5 oder Folge 6 zum ersten Mal? Ja, Folge 6, glaube ich. So in, in dieser Figurenkonstellation aufeinander getroffen sind, also auch nochmal hier Respekt an die beiden Schauspieler, äh, dass die das so gut machen. Auch, ja, Olivia Cook, ich habe auch jetzt zum ersten Mal so Interviews von den beiden, also Olivia Cook und Emma Darcy gesehen und, äh, vor allem Olivia Cook ist einfach so, ne, also die, die spielt eine komplett andere Person als ihre neutrale Persönlichkeit. Also sie ist so ein bisschen so düp, düp, düp und macht die ganze eigentlich wie Witze und ist so ein bisschen awkward und so und an dann kompletter Szenenwechsel halt. Ich glaube, man nennt das Schauspielerei. Ich glaube, man nennt das Schauspielerei, ja. Ähm, mir sind noch zwei Sachen bei dem, ähm, letzten Abend mal aufgefallen. Also zum einen, also diese schönen, dieses, dieser schöne Moment und kurz sieht es eben so aus, als würde wieder alles gut werden. Aber es ist dafür schon zu spät. Also die beiden Mütter haben so diesen Hass oder diesen Misstrauen, der ihr von, der ihnen von außen vom Patriarchat so eingetrichtert worden ist, an ihre Kinder weitergegeben. Und das merken wir halt auch wieder hier in dem, äh, in dem letzten Abend mal, dass eben Eamon, der Einäugige, so diesen vergifteten Trinkspruch vom Stapel lässt, der im Englischen echt gut funktioniert, aber ich glaube auch im Deutschen, dass eben, er sagt ja, ja, die sind so weise und sie sind so schön und sie sind so stark. Ja, vor allem diese Kunstpause, bevor er das Wort sagt. Ja, ja, so dieses, oh, mach das, mach das. Und was er natürlich damit meint, ist, dass er da halt so ganz offensichtlich wieder anspricht, dass sie eigentlich aus dem Haus Stark sind, also aus, äh, beziehungsweise aus dem Haus Strong. Im Deutschen das Haus Stark. Stark, weiß gar nicht, wie sie das eigentlich machen, weil... Heißen die nicht Kraft auf Deutsch oder so? Ähm, das weiß ich nicht. Das sagt er auch nicht. Ähm, das, das, ich glaube, das müssen, die müssen eigentlich anders heißen, weil es gibt ja das Haus Stark im Norden, insofern, das würde sich ja doppeln, aber ich hab's ja vorhin noch, ähm, bevor der, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, hab ich das Kapitel nochmal nachgelesen und da sagt er in seinem Trinkspruch tatsächlich, spricht er von Kraft. Ah, okay. Beziehungsweise, nein, Bullshit, von Stark. Stark, er sagt Stark. Und insofern funktioniert es tatsächlich im Englischen, du hast recht, es funktioniert im Englischen besser. Ja, aber trotzdem, so oder so, mega doofer Move. Ja, gut, aber ich mein, ist halt jetzt auch nicht so verwunderlich, wenn die von Kindesbeinen auf eben, ähm, diese, diese Rivalität, denen so eingetrichtert worden ist. Und, ähm, das zeigt eben auch, selbst wenn sich, äh, die beiden Mütter noch zusammenraufen, ist es eigentlich zu spät und, äh, der, ja, das, das wird eben weitergetragen an die nächste Generation. Das Gift zieht sich so durch diese Familie und wird, äh, verbildlicht quasi an Viserys, äh, Verfall irgendwie. Und dann ist mir noch was Schönes aufgefallen und zwar, ähm, es ist dir bestimmt auch aufgefallen, dass, ähm, während Viserys Rede so eine ganz spezielle Kameralinse verwendet wird. Die gleiche Kameralinse wurde davor auch verwendet bei der Szene von, äh, Rhaenys in dieser, ähm, in dieser Gruft. Und die, ähm, die Linse sorgt dafür, dass alles so extrem unscharf wird um die Figur. Ah, das meinst du. Und auch so verzerrt, so ringmäßig verzerrt. Und es sieht tatsächlich, ähm, durch die Beleuchtung so aus, es sei es auch so in den Ecken sehr schwarz, sehr dunkel. Und, also, jetzt wollte ich mal damit drüber sprechen, weil ich weiß jetzt nicht genau, was, ähm, was, ähm, was damit ausgesagt werden sollte. Es wurde leider in der Inside-the-Episode-Folge nicht angesprochen. Aber was glaubst du denn, was, was die Kamera uns damit, ähm, ja, erzählen wollte? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das bei Rhaenys aufgefallen in der Szene, dass das irgendwie so einen leicht warbligen Effekt hatte. Aber bei, äh, Viserys war ich jetzt ein bisschen zu beschäftigt, da auf sein nicht vorhandenes Auge zu achten oder so, glaub ich. Ja. Da muss ich sagen, ist das mir gar nicht so aufgefallen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so was aussagt wie, ähm, abseits, also quasi in Viserys-Zentrum, also er, er, du hast ja schon gesagt, er bringt ja so ein bisschen die Familie zusammen. Das alles, das geht ja wieder in den Bach runter, nachdem er ins Zimmer verlassen hat. Aber quasi in seiner Vision ist diese Familie, oder durch sein Mitwirken hat diese Familie diesen gewissen Zusammenhalt. Aber außerhalb dieser, in der Peripherie von diesem Ganzen, ist halt alles unsicher. Oder wenn es jetzt wirklich dunkel war am Rand, halt auch so ein bisschen dem Untergang geweiht. Ja. Wir haben halt ein Element und nach außen hin, außerhalb von ihm, äh, ja. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Ja. Ja, also so ähnlich habe ich das auch interpretiert. Vielleicht meine kunstwissenschaftliche Analyse. Die kunstwissenschaftliche Analyse. Ja, Analyse, genau. Also, und man könnte jetzt theoretisch auch sagen, verbindet das irgendwie Reynus und, ähm, Viserys miteinander? Ich meine, sind sie? Reynus. Sie sind ja, sie sind ja auch miteinander verwandt und, denke mal, hier wird das auch nochmal, also hier wird auch nochmal ihre Verbindung miteinander hervorgehoben. Ähm, sie werden durch diese Kameralinse so auch vereinzelt, also von der Umgebung her, ähm, abgetrennt. Aber vielleicht habt ihr da draußen ja noch eine tolle, stichhaltige Analyse, warum oder was mit dieser Kameraeinstellung ausgesagt werden. Da bin ich auch gespannt. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, da wäre ich sehr gespannt, was ihr dazu meint, ja. Ja, ähm, wir haben jetzt sehr viel über Viserys geredet und eine Sache gibt es noch, nämlich den Tod von Viserys. Also, er hat ja alles richtig gemacht. Er hat die Erbfolge von Driftmark geklärt. Er hat und damit eben den Claim von seiner Tochter gestärkt, so wie er das ja eigentlich auch wollte. Er hat bei seinem letzten Abendmahl nochmal dafür gesorgt, ähm, dass ein letzter Funke Hoffnung doch noch da ist, dass das Ganze positiv ausgeht. Ja, und dann reißt er es mit dem, mit dem Arsch wieder ein, wollte ich sagen. Aber dann, naja, also du weißt, was ich meine, oder? Also er sitzt, er liegt dann ja im Bett. Ah, mh, mh. Und Alicent, er bekommt dann, also, Mohnsaft zu trinken, das ist ja, ähm, ja, ein starkes Opioid, also, ähm, eine Droge, um seine Schmerzen eben zu lindern. Und dann versucht er so die, ähm, die Unterhaltung, die er davor mit Rhaenyra hatte, vorzuführen. Also er glaubt in seinem Drogenwahn und in seinen Schmerzen, er spricht mit Rhaenyra, aber er spricht in Wirklichkeit zu Alicent. Das fand ich aber auch, weil du eben meintest, dass diese Thronsaal-Szene so gut vorbereitet wurde. Ich finde, auch diese Szene wurde gut vorbereitet in dem Sinne, dass er ja in der Szene zuvor, äh, denkt, es ist Alicent, die ans Bett kommt. Und dann ist es Rhaenyra, sodass er jetzt sozusagen in der Szene darauf jetzt halt denkt, ah, ich hab gelernt, das ist, das könnte auch Rhaenyra sein am Bett. Und so, das kommt ja gar nicht so aus dem, aus dem Out of the Blue, aus dem Nichts. Er hat ja auch davor schon oft, ähm, ja, Leute durcheinander gebracht. Und, ähm, was ich eben so meinte, dass mit dem Arsch, mit, mit, dass er das jetzt alles wieder einreißt. Denn, was sagt er? Also er faselt so vor sich hin, vor der, ähm, er spricht eben von der Prophezeiung, von, das Lied von Eis und Feuer, der, der Prinz, der erwartet wurde, der, the Prince that was promised. Und er spricht dann von Prinz Aegon. Ja, das ist halt auch der Nachteil, wenn man so seine, seine, seine Nachkommen, wenn, wenn die alle gleich heißen, ne? Ja, aber sehr viel Raum für Missverständnisse. Sehr viel Raum für Missverständnisse. Also er meint eigentlich Aegon the Conqueror, also Aegon den Eroberer, der ja diese Vision hatte. Und bei Alicent kommt es so an, als würde er, äh, ihren Sohn meinen, ne? Ja, ich, ich glaub, erst war halt Alicent so ein bisschen, war sie so, hä, was willst du jetzt von mir, Viserys? Aber am Ende sagt sie ja noch sowas wie, hab ich's mir aufgeschrieben, Moment, I understand my King, also ich verstehe dich, sie, mein König. Ja, also er sagt so, you must do this, du musst es tun. Es ist auch nicht so konkret, also, ähm, wenn man jetzt, ähm, ein, ein, ja, man hätte auch sagen können, okay, der ist einfach im Delirium und redet jetzt irgendwelchen Quatsch. Aber nein, sie meint, es ist ein Befehl, was, wie du sagst, ne? Mein King, also sie, sie fasst das als, als Befehl auf. Ja, erst hab ich, oh, sorry, nee, erst war ich mir gar nicht so sicher, ob sie das jetzt überhaupt, ähm, verknüpft hat oder ob sie dieses Missverständnis sozusagen, äh, dieses Missverständnis, diesen Raum gibt. Aber jetzt nach diesem Zitat am Ende mit, ich hab's verstanden, bin ich so, ja, wahrscheinlich hat jetzt, Viserys ist verkackt und, ähm, ähm, äh, Alicent sieht in diesem, ah, das kann ich mir eigentlich, warte, man kann doch eigentlich nicht, man muss doch reflektieren, dass er doch todkrank ist und das vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt und so. Also, also, wenn jetzt Alicent das wirklich so wortverwert ernst nimmt, aber klar, das kann ich nicht verstehen, dass sie es, ne? Naja, sie weiß halt nicht, was damit eigentlich gemeint ist, weil, ähm, Viserys hat ja ihr Gegenüber noch nie von dieser Prophezeiung gesprochen. Das hat er ja nur zu Rhaenyra gesagt, das ist ja ein Geheimnis. Insofern, ähm, also, ja. Ja, ich kann schon verstehen, dass sie das natürlich dann sofort auslegt auf ihren Sohn, weil es natürlich, äh, sie ja alles dafür tut, dass eben genau das passiert, dass ihr Sohn, oder dass ihr Sohn diese Rechtmäßigkeit hat und wenn da jetzt sowas, was dahingehend interpretierbar ist, äh, auf einmal vorher erscheint, äh, nimmt sie dann vielleicht diesen, diesen... Greift das beim Schopf und... Ja, genau. Ja, damit ist eigentlich, also, das haben wir ja schon in der Folge davor gesagt, es ist eigentlich klar, wie das Ganze ausgeht, aber es ist halt, es ist, es ist eine Tragödie. Es ist schon irgendwie tragisch. Es gibt die ganze Zeit, wird von allen Leuten versucht, also, auch von den Leuten, die es wirklich zu sagen haben, wird hier ein Ausweg gesucht, dass das Ganze noch gut endet, aber Pech oder Umstände oder halt irgendwelche fiesen Intriganten im Hintergrund sorgen eben dafür... Otto. Genau, dass das Ganze dann doch eskaliert und, ja, und wie es dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge, ne? Ja, also, ich muss erst mal sagen, das finde ich eins, so, eine der unglaublich guten Sachen an der Serie, dass halt dieses ganze Konstrukt von, diese Menschen agieren auf die Art und Weise und, also, dass die Serie einfach zeigt, wie das so zustande kommt und wie diese Welt, diese Leute formt, das finde ich so unglaublich cool zu sehen und ich bin, also, ich bin ja, man merkt das ja, ich bin halt so begeistert von der Serie und ich bin super gespannt auf die nächste Folge, weil ich ja, jetzt kommt kein Spoiler, aber ich sage es nochmal wie jede Folge, ich lese ja das Buch auch. Und, ähm, ich habe halt schon die Stelle, ähm, von Miserys Tod gelesen und ich weiß, was passieren wird und es werden Dinge passieren. Ja, kein Spoiler da, ähm, aber wo du das Buch nochmal, ähm, ansprichst, nochmal ganz kurz, denn das, was wir jetzt hier in über, über 50 Minuten gesehen haben, das wird ja im Buch selber auf, weiß nicht, zwei Seiten, also auf wenigen Seiten abgehandelt und, ähm, auch gar nicht so dramatisch, wie wir das jetzt hier in der Serie gesehen haben. Zum Beispiel, die Szene im Thronsaal gibt es so nicht, Damon, äh, Damon wird schon vorher erschlagen, die Szene mit dem Abendmahl gibt es zwar, es wird zwar gesagt, da wird ein Abendmahl abgehalten, aber das Ganze ist gar nicht so ausformuliert im Buch und auch die Szene am Totenbett von Viserys, die gibt es im Buch nicht. Also, der stirbt halt einfach. Und das finde ich, also will ich nochmal sagen, wie, wie toll das ist eben, dass, obwohl es quasi eine Buchvorlage gibt, ähm, die, die Autorinnen und Autoren aus dieser Vorlage, aus dieser sehr dünnen Vorlage, ja wirklich das Beste draus, rausholen. Ja, und dass sie halt diese Vorlage so, ähm, also sozusagen da auch so viel Respekt vorhaben quasi und, ähm, ja, aber auch schon in der ganzen Serie, ähm, das ist mir nämlich auch oft nochmal aufgefallen, dass diese Beziehung zwischen Alicent und Rhaenyra viel nuancierter ist in der Serie ja als im Buch, weil da ist es teilweise sehr, sehr plakativ und sehr, sehr einfach gehalten, so, ja, die hassen sich und Ende, so ungefähr. Ja, sogar noch schlimmer, ich hab's in der Folge davor ja gesagt, die hassen sich, weil, äh, Rhaenyra ist dick und Alicent ist dünn und deswegen, ähm, fand ich, fand ich jetzt, äh, nicht so doll, gut, dass sie das, äh, in der Serie anders gelöst haben. Ja, ja, das stimmt. Kleiner Seitenheb auf, auf das Buch, äh, bitte verzeiht mir, Buchfreunde, aber. Aber das war nicht so der beste Jam. Nee, man muss auch schon mal sagen, wenn, wenn, wenn was gut adaptiert oder sogar besser adaptiert wurde und in diesem Fall, finde ich, ähm, sie holen wirklich das Beste aus, aus diesem, aus diesem Buch raus. Fairerweise muss man natürlich sagen, es ist ja nicht als, äh, als Roman gedacht, sondern als Fake-Geschichtsbuch ist uns schon klar, aber was aus diesem Fake-Geschichtsbuch rausgeholt wird, ist halt echt fantastisch und jede, jede Folge wieder, ähm, ein Ereignis. Und ich freu mich auf die nächste Folge, wenn wir zusammen die besprechen können. Ja, da freu ich mich auch schon drauf. Ja. Ach, das ist echt jede Woche so, dass so immer, wenn ich die, ähm, aktuellste Folge geguckt hab, will ich gleich weitergucken und dann muss ich wieder eine Woche warten. Ja, genau. Aber so haben wir eben die, äh, Möglichkeit, einen, einen Podcast darüber zu machen. Ja, das stimmt. Und ihr habt die Möglichkeit, uns zuzuhören beziehungsweise uns zuzugucken. Das ist doch schön. Ja, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, äh, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch fürs Zuschauen. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.